Es ist schwierig zu beschreiben. Viele von uns haben koalens schon am Strang gesehen, aber gegessen habe ich sie noch nie. Ich bin in Syrien von Italien gefahren, in der Nähe von Neapel, um zum ersten Mal in meinem Leben koalens zu probieren. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr schwer. Warum müssen wir die Gelfisch essen? Sie haben interessante Materialien, wie Proteins, wie Collagen. Sie können mehr Sustenbar sein. Ich bin sehr gefährlich. 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 Warum haben Sie entschieden, die Gelfisch in Ihre Kuisine zu haben? Ich liebe es zu erkunden, neue Produkte zu finden. Wir haben sehr gute Gelfisch. Sie sind sehr unterschiedlich. Sie sind sehr großartig. Sie sind sehr mitzündig. Sie sind sehr gut. 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 Wow, Gennaro, das sieht fantastisch. Okay. Es ist ein bisschen Salz. Ja, es schmeckt wie Fisch. Ui, es schmeckt sehr intensiv. Die Texture ist wie... ...rubber. Ok.